Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute ist der 14. Februar. Liebe Männer, wisst auch ihr, was das für ein Tag ist. Genau, das ist der Valentinstag, der Tag der Verliebten. An diesem Tag wünscht sich jede Frau, von ihrem Mann ein kleines Geschenk zu bekommen. Vielleicht denkt ihr jetzt, nein, nein, meine Frau, die will das nicht. Liebe Männer, da liegt ihr falsch. Wir Frauen wollen das. Ich werde euch heute zeigen, wie man ganz einfach eine Frau glücklich machen kann. Erster Tipp. Die Schweiz, das Land der Schokolade. Ihr denkt jetzt, meine Frau isst gar keine Schokolade. Liebe Männer, das ist richtig. Das ganze Jahr essen wir keine Schokolade. Aber am Valentinstag, da freut sich jede Frau über kleine, süße Schokoladenherzchen. Zweiter Tipp. Schenkt eurer Frau schöne Blumen. Welche Frau freut sich nicht über duftende rote Rosen? Liebe Männer, ich habe euch noch einen dritten Tipp. Über diese paar Gramm mehr auf der Waage. Stören wir Frauen uns nicht? Schönen Valentinstag. Tschüss. Tschüss.